Ach, konnte man auch von der Seite rein? Ach, halt drauf. Macht ihr das bitte mal? Ich will mal, ich will eine andere Waffe. Ah, so. Dankeschön. Ich hab das Gefühl, hier müsste die irgendwo sein. Weil... Man kann auch von der Seite gehen. Das war zu einfach. Das war gar nicht einfach. Hör doch mal auf. Oh, guck mal, ist kaputt. Ist ja genial. Ist ja genial. Genial. Wie cool. Um die Ecke hier. Mit Schachbrett. Aber... Da hat jemand noch Schachbrett gespielt. Oh. Die beiden. Habt ihr gespielt? Unheimlich. Unheimlich. Oh, jetzt spielt sie nicht mehr. Da hat jemand Nudeln gegessen. Was ist... Wer war hier? Da sind wir sicher. Fragt sich, wie lange... Oh, Captain Up, wie er ist. Unversehrte Gartenzwerge. Ihr könnt weiterspielen. Spielt ruhig weiter. Hier gab's nichts. Und wenn doch, bin ich dumm. Mal wieder. Hab ich wieder was übersehen. Wie so oft. Musste ich hier so lang? Oder... Ging's auch woanders? Hä? Ich bin verwirrt. Gab's irgendwo einen Schlüssel? Wenn man zuerst links lang geht? Na, okay. Ähm... Also... Es ist nicht... Das... Das ist es nicht. Descendant... Es ist auch nicht. Possibility... Es ist... Yo, yo. Mach hin ja. Strahlung entlüften. Okay. What the... Ich denke, wir haben die kaputt gemacht, dass sie nicht mehr angreifen. Aber who cares. Wir sind toll. Wo ist denn diese Spule? Bin ich an der vorbeigelaufen? Kann das sein, dass es diese eine war. An dem einen Raum. Und das ist lustig. Das ist witzig. Da haben sie sich aber noch was ausgedacht hier. Kleinigkeiten. Lol. Ah. Noch mehr, dass ich nicht brauche. Warum sammle ich das alles? Ich hab ein Problem. Jungs. Ich hab ein Problem. Ich hab ein großes Problem. Aber Haarklammern sind immer gut. Die kann ich nicht ausmachen. Warum nicht? Hm. Wo ist diese Spule? Spul mir doch den Rücken runter. Echt mal. Spul den... 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 Den Film wieder zurück, wenn du ihn ausgeliehen hast. Spul die DVD zurück. Bääau. 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 Und... Ja, ja. Wie ich da steh. Bääau. Bääau. Jo, wir machen es nämlich toll, Dogmeat und ich sind supidupi. So, weiter geht's. Doch, hier ist nichts. Und, ah, warte, 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 dahinter vielleicht, dahinter vielleicht, dahinter vielleicht, dahinter vielleicht, dahinter vielleicht. Na kommt, gehen wir nach oben. Ich habe keine Ahnung, was wir da am Anfang verpasst haben, aber ist ja auch egal. Warum? Warum mache ich das auf? Ich will einfach mehr haben, als ihr in eurem Spiel, durchspiel, äh, hier, 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 ne, spiel, äh, spiele, spiele, spiele mit Barbie. Ach, egal. Weiter geht's. Steuerungsterminal. Hä? Essential. Null. Na dann. Ja. Was haben wir hier? Kontrollverzeichnis laden. Okay. Okay. Automatisierten Prozesse reaktivieren. Ne, ne. Ist schon ganz gut. Abgeschaltet. Ich weiß nicht, was das bringt, aber war bestimmt wichtig für die Geschichte. Ne, nein. Nein. Hier sind wir hochgekommen. Das muss hier gewesen sein irgendwo. Ah, okay. Wir haben alles runtergefahren. Das muss dieses komische Teil da sein. Oh, die finde ich toll, die Lampe. Nein, ist es aber nicht. Ist es das da? Okay. Wo ist die fucking Sp... Dingenskirchen. Wir gehen einfach jetzt, weil das Spiel so nett ist, eine Tesla-Spule auffinden. Wir gehen einfach jetzt nach dem hier. Ist das hier? Kann ich hier runter... Oh, da unten. Da ist eine Tür. Verarschen kann ich nicht alleine. Ja, ja. Danke, dass du im Weg gehst. Oh. Okay. Alien-Energiezellen. Und wie kommt ihr denn jetzt? Da ist ja schon wieder ein Gartenzwerg. Langsam wird es unheimlich. Okay. Ich denke, wir müssen das wirklich in der Mitte nehmen. Impulsmine. Was? Impulsmine. L-Energiezellen. Dann können wir die ausprobieren, die Waffe. Ich habe sie bloß nie ausprobiert, weil... Naja, weil ich nicht genug davon hatte. Oftalmaskop. Will ich sowas von haben, weil ich das noch nicht habe? Ja. Alles ist nehm. Was andere nicht haben. Gut, dann wollen wir mal. Ähm, mal gucke ich jetzt mal, wo ihr reingekommen seid. Hä? Wirklich? Warte mal, was? Was? Wie konnte ich das übersehen? Sind wir hier nicht durchgegangen? Nein. Okay. Egal. Müssen wir sowieso machen hier. Companions. Oh, das passt ja. Out Numbers. Da hatten wir... Eins... Äh... Nein. Downstairs. Da hatten wir... Ähm... Auch nicht. Äh, wir hatten... Concerning. Eins, zwei. Das möchte ich. Oh yeah. So. Okay. Eklig, eklig. Ich trau mich nicht. Wir haben die Testlastspule. Wir haben die Testlastspule. Sollen wir das wieder aktivieren? Tristan bringen. Geht nicht. Nicht, dass die irgendwie heiß ist oder so, die Testlastspule? Nein. Okay, komm, lasst uns gehen. Yay, das war interessant. Das fand ich toll. I like. Ne. Wie hab ich das geschafft? Wieso kann ich nur so langsam gehen? Hab ich zu viele Gegenstände? Oh. Ich hab wirklich zu viele Gegenstände. Komm mal her. Hier. Komm mal her. Vox. Vox me hard. Was wollten Sie sagen? Ich? Du kannst mal bitte... Aber gerne doch. Gerne doch. Du kannst mal hier nämlich... Ach, das werde ich gleich benutzen. Willst du eine Brille? Nee, ich will gar nicht, dass du eine Brille trägst. Nee, das sieht bestimmt scheiße aus. Sorry. Aber du, der Große. Das kannst du mal nehmen. Obwohl, die hättest du eigentlich auch wegschmeißen können. Ach, nimm sie einfach. Was soll's. Dankeschön. Das war's schon. Danke. Ja, ich kann mich wieder bewegen. Und ich werde mal reparieren. Oh yeah. Reparieren for the win. Und... Ah, man. Ich muss meine Lieblingsstoffe benehmen. So. Das war's. Keiner explodiert. Das ist ja langweilig. Die machen wir noch. Diese fertig. Da. Das machen wir jetzt noch fertig. Und dann... Mach ich eben wieder Pause. Wir sind so gut. Wie... Wie... Nein, ganz ehrlich. Wie soll man das... Wie... Ah, Level 30. Da habe ich schon Ewigkeiten erreicht. Mit den Add-ons... Oder einem Add-on. Ich finde, jedes Add-on sollte 5 Level oder sowas erhöhen. Naja, okay. Es bleibt immer schwer, was dazu zu tun. Aber man muss ja nicht mehr was dazu tun. Dann kriege ich halt alles. Ist doch egal. Aber es hat irgendwie überhaupt keine... Keine... Weiß ich nicht. Ja, ja. So. Hoffentlich kann ich Tristan gleich finden. Mit einem blöden Sack. Kommt, 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 kommt. Da ist er ja gleich. Sehr schön. Sie haben eine Tesla-Spule gefunden? Ja. Ausgezeichnet. Ich werde dafür sorgen, dass die sofort an die Gelehrten weitergegeben wird. Sie haben gute Arbeit geleistet, Soldat. Ja, ich weiß. Sind Sie für Ihren nächsten Auftrag bereit? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Hm, jo. Aus den Daten, die sie uns aus der Relaisstation gebracht haben, haben wir ermittelt, von wo aus die Enklave ihre Operationen koordiniert. Anscheinend hat sie eine zweite Operationszentrale in der Adams Air Force Basis knapp außerhalb von D.C. Der einzige sichere Weg dorthin verläuft durch die Tunnels der präsidenzialen Metro. Die wurde vor dem Krieg von der Regierung benutzt. Vorläufig werden sie wieder alleine arbeiten. Der Rest der Bruderschaft wird ein Ablenkungsmanöver starten, sodass sie unbemerkt eindringen können. Ihr seid doch gar nicht so viele. Nachdem Sie in die präsidenziale Metro eingedrungen und in die Adams Air Force Basis gelangt sind, suchen Sie den Nachschubcontainer. Darin finden Sie neue Befehle. Hoffentlich können wir sie auch mit einer funktionierenden Tesla-Kanone ausstatten. Sind Ihnen in letzter Sekunde noch ein paar Fragen eingefallen? Okay, das ist schon cool. Bloß, ja, genau die beiden Sachen, die ich angesprochen habe, kommen jetzt wieder vor. Ich denke mal, die hatten wir von Anfang an vor, das als DLC anzubieten, was ich zum Kotzen finde. Aber, okay. Warum muss ich hier allein? Was muss ich? Ja. Laut unseren zuverlässigsten Informationen gibt es dort immer noch ein aktives, automatisiertes Sicherheitsaufgebot. Seien Sie also vorsichtig. Die Enklave hat viel mehr Leute als wir. Ich weiß nicht genau, ob die Enklave dort schon Fuß gefasst hat. Was ich weiß ist, dass der Metro-Tunnel direkt in die Adams Air Force Basis führt. Fahren wir ein bisschen Metro. Ja, ganz leicht zu finden ist... Ja, ja. Gehen Sie ins Zentrum von DC, zum Platz vor den Ruinen des Weißen Hauses. Gleich daneben gibt es einen Kanalisationsschacht. Über den gelangen... Ja, da waren wir ja schon. Klingt so, als würde ich blinkt, links in die Basis laufen. Keine Sorge. Ich würde Sie nie auf ein Himmelfahrtskommando schicken, ohne zuvor zuverlässige Geheimdaten einzuholen. Finden Sie nur den Nachschubcontainer. Bis dahin werden wir die Strukturen vor Ort ausgekundschaftet haben und Ihnen genaue Anweisungen geben können. Seien Sie einfach auf das Schlimmste vorbereitet. Ein bisschen fühlt man sich wie Jack Bauer. Wirklich, alles muss man machen. Die helfen zwar ein, aber man muss schon vieles selbst machen. Gut, das war's. Ich gucke mal, was die hier so machen. Was ist los, Dusk? Kommentare, Dusk? Ich habe auch noch hier einen Satelliten, der was abfeuern kann, aber nur über eine Stelle leider. Aber den habe ich nicht mehr gemacht. Könnte ich auch machen. Ne, Leute? Gut, dann... Nö, ich gehe eigentlich mal nach Hause erstmal. Und, äh... Ich werde jetzt einmal nur noch raus... Warten, nein... Gibt es etwas, wobei ich helfen kann? Nö, danke. Hallo. 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 Ich habe zuerst Hallo gesagt. Ich habe gewonnen. Ah, hier komme ich nicht raus. Ich muss wirklich zu... B, A, A, B, C, D, E, F, G. Ich kenne meine Mathematik. Ohne einmal nachzusehen. Weiß ich, dass 3 mal 3 ist 10. Mein Gott, tut's doch einfach. Wow, guckt mal. Guckt mal, guckt mal, guckt mal. Dann haben Sie eine neue Stufe des Wissens erreicht. Der Kampf findet nicht im Gehirn statt. Es geht um Leidenschaft, Entstinkt und Überlebenswillen. Ich verstehe, Sir. Das ist genau, was Sie gesagt haben. Fülle deine Seele mit Donner und kämpfe mit einem Erbsen. Oh, yeah. Der Bruder, der es mir beigebracht hat, war ein kluger Mann, ein Geweiter. Aber selbst Wille muss geübt werden. Die Bruderschaft steht zu ihr. Mhm. Der selbst Wille und so, ne? Schön, dass wir uns sehen. Ich habe eine neue Stimme. Wir treten Ihnen in den Arsch. So einfach ist das. Mit den ganzen neuen Geräten und der ganzen Felderfahrung. Wir werden schon sehen, wer hier das Sagen hat. Ja, ich rede plötzlich anders. Du musst dich um sie kümmern, ne? Ja, ja, ja. Ich verstehe schon. Gehen Sie. Mit Ihnen werde ich mir nur Ärger einhandeln. Wart, ich bin der Held der Welt. Bitch. Guck mal, jetzt haben wir hier nämlich neue, glaube ich. Hä, war ich da überall noch nicht? Ist das seltsam. Guck mal, warum ist die Vault 87 nicht? Muss ich da wirklich einmal hinlaufen? Ach, müssen wir nicht, ne? Da oben ist Pit. Das wissen wir ja noch. Ähm. Und. Ich habe keine Ahnung, wo das Ufo ist. Aber ich glaube, hier bei der Kanalisationszwischenbereich. Aber hier war ich bei so viel noch nicht. Aber das sind so langweilige Sachen. Promenade und so. Nichts Besonderes. Ähm. Dupont. Ja, das sind diese. Wo man denkt, oh, was Tolles gefunden. Und da hat man nicht wirklich. Gut. Ähm. Ich gehe nach Hause dann hier. Megadon. Ich konnte ja mitgefahren. Ähm. Ich gucke. Ah, ich wollte mir die Aufgabe angucken. Mann, Gait. Idiot. Blöde. Fucking Idiot. Ich mache dich fertig. Ich haue dir eine rein. Nein. Nein. Ich bin nicht. So. Eindringen irgendwo soll ich. Das ist doch gut. Immer gut. So wie Guni das auch immer macht. Ne. Guni ist unser Held. Und Fox wird gleich mir meine Sachen wiedergeben. Damit ich sie wegtun kann. Für alle Fälle. Gut. Wir warten jetzt noch auf Mrs. Geschenk mir was. Wo ist sie? Wo ist sie? Das ist ein bisschen so wie so ein Versteckspiel. Finde ich lustig. Da läuft einer. Ist das Fox gewesen? Ja. Fox rennt aber auch. Ah, Fox kriegt mich nicht. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ah. Ah, fuck it. Ah, Fox. Du bist aber auch einer. Ähm. Fox die Wand an. Jericos Haus. Ah, Jerico hat ein Teddybär, den ich nicht stehlen darf. So, jetzt spielen wir ein bisschen. Fangen die Maus mit. Der. Tusse. Ah, nein. Lauf, 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 lauf. Ich hab sie gesehen, ich hab sie gesehen. Wir schaffen, wir schaffen, wir schaffen. Wir müssen nur hier runterspringen. Da kommt sie nämlich nicht so schnell hinterher. Haha, ich bin so viel besser. Jihihihi. Geben wir den Weg. Was geht's? Die Spiele fangen. So. Alle Fox. Das geht's auch wieder woanders lang, ne? Na, wo ist sie? Ah, da ist sie. Ich wünschte, es gäbe mehr Leute. Ich möchte, dass... Was gibst du mir denn? Sei gesehen. Du hast mir gar nichts gegeben, blöde Kuh. Okay, Messer bitte weg. Sie hat mir gar nichts gegeben. Doofe Kuh. Mit dem Lächeln kann ich mir auch nichts kaufen. Warum sagt sie mir denn, dass ich was bekomme, wenn ich nichts bekomme? Du musst dich auch in letzter Zeit öfter hinsetzen, ne? Warum? Du bist ein Megaton. Mir gehört die Stadt. Ich bin hier der Meister. Was wollte ich jetzt sagen? Oh, jetzt hat sie mich voll aus dem Konzept gebracht, dumme Kuh. Äh, 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 äh. Ich hab vergessen. Ja, das guckst du dir mal ordentlich an. Das kennst du nämlich seit 200 Jahren nicht. Vögel. Sonst sehen wir nie Vögel. Aber jetzt sehen wir plötzlich Vögel. Immer nur ein Megatown. Über-Megatown. Warum auch immer. Komm, sag mal. Niemals. Der Flüchtling aus der Ward 101. Der wahre Messias des Ödlands. Wandelt unter uns. Hört zu. Dieser umherziehende Mensch. Auch bekannt als der Balkos. Der Balk? Der hat schon ein paar schräge Dinge abgezogen. Aber das hier schlägt alles. Meine Kontakte berichten mir von einer höchst gefährlichen Mission. Bei der es darum ging, eine Trommelwirbel, Violine wieder zu beschaffen. Oh, das ist aber alt. Das ist alt. Das ist alt. Das ist alles. Das ist alt. Das ist alt. Das ist voll doof. Was ich auch seltsam finde, dass das Ende so kurz war. Ich meine, die haben mir gezeigt, dass ich ja toll bin und so, dass ich ja gerettet bin und so, dass ich da den Sklaven gefreit habe. Aber sonst haben sie gar nichts gezeigt im Ending. Das fand ich ein bisschen langweilig. Ich dachte, die zeigen ein bisschen mehr von dem, was ich gemacht habe. Naja, mal schauen. Ich gucke mal nach. Ähm. Weil, weiß ich nicht. Sie sollten mehr zeigen, wenn man netter ist. Naja. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ich möchte eigentlich mal wissen, dass ich irgendwie das Wasser der Welt gerettet habe. Aber scheinbar ist es nicht so wichtig. Und scheinbar brauchen wir auch keine Heizung. Denn du hast hier durchgehend heiß. Du furzt uns hier die Bude heiß. Warum auch nicht? Bis zum nächsten Mal. Und die werde ich mal nachgucken. Vor Dietrich. Nach Energiewaffen. Na dann. Ciao.